hallo und herzlich willkommen bei einer folge payday 2 mit dem hans und mir dem wop so sehr schwer einen tag na gut ja das ist das einkaufszentrum mal wieder mal wieder da ja das gleiche der winzig dann ist doch frei hat es kein Alles klar, okay. Achso, bereit. Ja, kann ich losgehen. Und noch einer mit, der wird 82. Hm, toll. Gravity Soul. Hm, ich bin gerade wieder. Du kommst, ja, du kommst da auch noch hin. Haha, ja, es könnte nur dauern. Haha. Genau, wir schnappen uns als erstes die Kanister, oder? Ja. Ja. Hm, so. Ah, die latschen natürlich gleich alle vornherein. Wie rennst denn du so? Ach, du renst eigentlich ganz normal, gell? Ich glaub ganz normal, ja. Okay. Das Ding ist, ich hab mitgekriegt, das ist mir letztens erst aufgefallen. Du kannst in jedem Spiel deine Skills, kannst du ja verbessern, gell? Ja. Und du kannst aber auch deine Perks verbessern. Okay. Okay. Das ist zusätzlich nur irgendwas wie, ich hab jetzt zum Beispiel was, wenn ich damit irgendwann mal fertig bin, da hab ich 40% mehr Leben als normaler Spieler. Okay. Okay. Ist auch geil. Ach, ich fackel hinten den Fitnessraum weg. Genau. Ich mach nicht den Friseur, der ist zu klein für mich. Okay. Okay. So, ich schmeiß meine Granate. Und, na. Und, na. Und, na. Und, na. Und, na. Ah, scheiße. Der macht den Raum. Na gut, okay. Dann nehm ich eben den hier. Und, na. Und, na. Und, na. Und, na. Und, na, ne. Und, na. Und, na. Und, das ist anfade. dauert das wird ja auch so lange das ist auch wieder so ein Skill, den du verbessern kannst so, das Hammer hast du schon ne Tasche? Ja, gell? wir sind schon zwei hier läuft ein Bohrer, ich seh's schon Entschuldigung, die Antwort Herrscher Ah ne, bringt er mit, alles war, alles war, alles war Ah, jetzt wird er mal einer bei naja, umso mehr, umso besser genau wir müssen noch mehr kaputt machen, ja ach so, ja, stimmt wir haben noch ne Granate rein am besten immer oben das Dach kaputt schießen, glaub ich da? naja ja, genau das ist immer ganz geil eigentlich, wenn du Granaten reinschmeißt das ist immer die beste Variante ich schmeiße mal eine Granate hier in den Computerladen rein eine Granate drüben in den Wein-Store das Wein-Geschäft da hast du schon gut Schaden angerichtet ich finde das Spiel wirklich schon schlecht, ja ich finde nur, man hätte das alles äh, einen kleinen Ticken besser machen können, ja naja, irgendwie, ich sag mal halt doch mal richtig, ähm das ist nicht vielleicht Mission oder irgendwas ach, keine Ahnung du hast ja deine, klar, du hast deine Mission aber es ist irgendwie fehlt was ich habe das Falsche geschrieben naja, jetzt sind sie eben 60 Sekunden also auch da drüben läuft auch noch ein Bohrer auf der anderen Seite hm ich hätte ja gar nicht die Kettensäge, aber soweit bin ich nicht hm, ja das kommt doch ich habe meine auch noch nicht ich hatte sie mal freigeschalten jetzt aus länger nicht mehr nachdem ich jetzt berüchtigt geworden bin ist ja alles flöten gegangen so, 30 Sekunden ja, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da ach so, ich könnte ja eigentlich auch mal ein paar paar Erste Hilfe Package hinlegen hm hm ich bin schon da, ich bin schon da ja ich passe ein bisschen aufm Ohrmauer hm 10 Sekunden ui 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 ja den ui 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 verdammt hier die anderen sind schon tot oder was ja einer aus dem Knast ja wir gehen zurück in den Laden oder? ja ja wir können schon flüchten wir können uns solche Taschen schnappen notfalls ok wenn ich die da jetzt reinwerfe geht das auch so ja ne die musst du auf dem Rücken tragen ja in dem Level ja alles klar so wollen wir ja los let's go alter Arsch dir wo schiesst denn du eine? kann keiner klar los alter los komm let's go du Penner ich weiß gar nicht woher geschossen jetzt kommt er los 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 jetzt ja wir haben es geschafft oh boah ist ja nur ein Tag ja ist nur der eine da gibt ein bisschen Geld na 133 oder? na 100 auch ja ich habe ein bisschen Minus gehabt wahrscheinlich habe ich ein paar Zivis getötet ne ne bei dem du kriegst glaube ich auch Minus wenn du lauter Aufträge hast so Level 55 ich bin immer der wird 44 kommt schon noch kommt schon noch ich habe ne Waffe gezogen Mod Polizei Kurzschaft hab hier Pistolenlauf gefunden ein Kompensator über die Pistole so ich suche mal einen Auftrag aus ja und ich würde sagen das war's erstmal für die erste Folge Payday 2 mit Hans und dem Wop auf Wiedersehen auf Wiedersehen Tschüss